Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich verlese nun die Menschenrechte. Zurückzukehren, Land sein in, sowie verlassen zu. Eigenen seines einschließlich Land jedes. Recht, das hat Mensch jeder. 13 Artikel. Anschläge oder Eingriffe, derartige gegen Schutz, rechtlichen auf Anspruch, hat Mensch jeder. Werden ausgesetzt Ruf seinen und Ehre seinen, auf Angriffen noch Briefwechsel sein oder Heim sein. Familie seine, Privatleben seine. In Angriffen willkürlichen, darf niemand. 12 Artikel. Werden unterworfen, Straf oder Behandlung, erniedrigender oder unmenschlicher, grausamer oder Folter. Der darf niemand. 5 Artikel. Personen der Sicherheit und Freiheit, Leben auf Recht. Das hat Mensch jeder. 3 Artikel. Begegnen Brüderlichkeit, begegnen Brüderlichkeit, der Geiste imeinander, sollen und begabt, Gewissen und Vernunft. Mit sind sie. Geboren Rechten und Würde, an gleich und frei, sind Menschen alle. 1 Artikel. Begegnen Brüderlichkeit, 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 begegnen Brüderlichkeit. Vielen Dank.